Hier habe ich schon die Nächsten. Das geht hier ruckzuck am laufenden Band, weil Walzrode ist on Tour. Jawohl, richtig. Alle Walzroder sind auf den Beinen. Ja, aber sicher. Ja, richtig. Warum? Weil wir hier gerne was erleben möchten. Ja, genau. Endlich mal wieder Stadtfest. Das letzte Mal. Richtig, genau. Das stimmt. 2000 war das letzte. 13 Jahre! 2000 Jahre warten wir. Nein, 13 Jahre. Seit 2000. Entschuldigung, ist mein Kameramann. Eigentlich soll er die Kamera halten, weil er heißt Herr Halter, er soll die Klappe halten. Tut er das? Nein, garantiert nicht. Garantiert nicht. Die Frau hat es erkannt. Ihre Frau durchschaut Sie auch immer sofort? Nicht immer. Nicht immer, aber immer öfter. Aber immer öfter. Aber trotzdem, er bringt auch den Müll runter. Ja, das macht er auch, auf jeden Fall. Was macht er noch so? Er macht eigentlich alles im Haushalt. Er macht alles im Haushalt. Das ist gut für diese Frau. Die kann nämlich dann schön die Beine hochlegen. Ich kann hier arbeiten gehen. Arbeiten gehen. Ach so, sie geht arbeiten und er macht den Haushalt. Ich gehe arbeiten. Im Moment macht er den Haushalt hier. Ach, nur im Moment. Ja. Aber er macht es gut. Er macht es sehr gut. Und wenn er dann mal ein bisschen Freizeit hat, kann er ruhig bei Brigitte Schneider vorbeikommen. Auch Brigitte Schneider hat einen Haushalt, der nicht so aussieht, wie er sein sollte. Das schauen wir uns mal an. Das schauen wir uns mal an. Ach, das würden wir da. Jetzt sind wir hier zum Feiern und nicht zum Kostrad. Richtig. Wir sind zum Feiern da. Genieß es. Wie lange wird gefeiert bis? Ende. Ende. Bis morgen früh. Nein. Und singen Bumsfeuer. Nein, Gottfrieden nicht. Höhenfeuerwerk ist erst morgen Nacht. Ja, sind wir dann auch da. Genau, eben. Ich auch. Genau. So, und das war es von dieser Stelle. Und das war es von dieser Stelle.